Ich bin Matthias Kaufmann für Kaufmann Zimmerreihe und Tischlerei. Wir haben gerade einen Innovationspreis gekriegt für die Holzmodulbauweise, für die serielle Fertigung von Holzmodulen. Die meisten Vorarlberger werden unglaublich individuell bauen. Die bauen jetzt eine Modulbauweise. Ist das miteinander vereinbar? Ja klar, also die Modulbauweise ist eigentlich für fast jede Bauaufgabe geeignet. Mittlerweile baut man Schulen, Kindergärten, Hotels, Sozialzentren, ja alles mögliche in der Bauweise. Der große Vorteil da ist natürlich einfach die serielle Fertigung, also die schnelle Bauweise. Und dass der Bauherr, gerade speziell bei Hotelerweiterung beispielsweise, wieder schnell hinzuziehen kann, dass die Montagezyklin ist und somit eigentlich keine Saison verlübt.